jo leute was geht willkommen zurück zu darksworld 2 hier sind wir das letzte mal stehen geblieben ich hatte mich hier noch mal ganz kurz umgeguckt aber hier gab es nichts besonderes genau der typ steht jetzt hier das hatte ich gesehen und der macht hier so leitern hin keine ahnung für das gut ist aber der hat für 12.000 seelen auch eine krasse leiter und die würde ich gerne mal sehen hallo tat ja schön dass du da bist so muss das doch sein so jetzt gehen wir mal kurz zu dem typ hier leiter aufstellen die 12k leiter jetzt bin ich aber gespannt jetzt zeigt mal her wie groß ist die leiter so ist das ach es noch mal eine extra leiter okay die nehme ich doch mal oder keine ahnung wo die hinführt aber die nehme ich mal ich finde ganz nach unten keine ahnung ob ich ganz runter will da ist irgendwie ein ding also hier war ich ja im loch hier war ich da oben war ich im loch so aber da unten ist noch ein gang eingang und hier geht's hoch oh gott oh gott wenn ich schon ich will ich will das hier gar nicht machen wieso bin ich hier hingegangen ich krieg schon schweißausbrüche wenn ich jetzt nur an den sprung denke ne holz für stunden abgemacht oh gott oh gott oh gott schaffe ich den sprung wie weit jetzt ja ich kann das schaffen oder und zu tief ist es ja wohl auch nicht komplett ganz unten dann sowas ist ja erst mal wieder anziehen nein plus 10 plus 7 zack so was ist hier schild hoch hey das kommt mir bekannt vor hier war ich hier schon mal das dark souls 2 heute beendet ist ja nicht hier war ich doch schon verarsche toll hier war ich ja schon längst was war denn dann das andere loch da oben man weiß es nicht ab wo muss ich denn überhaupt hin das ist doch erst mal die frage ich müsste doch jetzt alle bosse besiegt haben dann muss ich doch jetzt hier da sind ja diese zwei wege einmal in so ein grab und einmal in so ein schloss das schloss ist zu das verstehe ich ja aber dann muss ich doch in den anderen weg reinkommen oder in den da hier müsste ich doch jetzt dann weiter kommen links ja hier ne sag's mir doch ich weiß es doch ich weiß es doch was das denn habt ihr gesehen wie der geflogen ist so ja das müsste ja dann jetzt hier der richtige weg sein würde ich sagen wie läufst du denn richtiger schoffel move war das übrigens noch zwei tage zeit für die clip challenge also ihr sagt ja die was bist du denn die habe ich ja ganz vergessen ihr sagt die ganze zeit meine waffe wäre voll stark und so ne aber ich mache nur 200 schaden das ist nicht voll stark also bei dark souls auf level 110 oder in jedem anderen souls game mit level 110 so schreien des winters bin ich gespannt aha würde ich viel mehr schaden machen was das denn hier untersuchen auch ne sagt nicht wer das ist dlc was da waffe wafen 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 will nicht sterben Bist du ein böser Richt? Muss ich hier rein? Das sieht doch schon wieder aus wie PvP-Gedöns. Das ist ganz schön hell hier. Aha. Geschlossen. Wie geschlossen? Mach auf hier. Kann man es kaputt machen? Ist da wer? Ne, da ist dieses komische Ding. Nö. Das ist hier wieder DLC, ja? Das heißt, diese komischen Töpfe sind immer DLC. Dann hau ich hier wieder ab. Ja, DLC schauen wir mal, ob wir das machen. Habe ich mich noch nicht so entschieden. Äh. Ich weiß nicht mehr genau, von wo ich gekommen bin. Ich denke von Tau, oder? Gehe ich mal hier raus. War hier nicht ein Item? Yes. Seele eines Helden. Könnte auch meine Seele sein. Ich hält. Das gleiche, Tatja. Aha. Ja, komm mal ran hier. Und da, tausend. Tausend. Und er ist nicht tot. Und ich kann die Spasten nicht anvisieren. Also das, wenn die nicht anvisieren kann, ist übel nervig. Ich sage es so, wie es ist. Ah, klar. Der Held des Jammerns. Ah. Schloss. Ey, wir sind da. Wir sind da. Schloss Drangleik. Yay. Glitzer, Glitzer. Schon vier Schollen, weißt du. Guck mal hier. Wer bist du denn? Das Kastel ist isoliert. Aber trotzdem musst du aufbauen. Um ein Ende zu deinem Reise und meiner. Schloss Drangleik. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich hier den ersten Boss-Tod sterbe. Kommt doch gleich saven. Haha, die Elefanten. Na, das war clever. Okay. Das war's. Rolf mein Wester, hast du später Zeit um ein bisschen Timesia zu platinieren? Oh scheiße, ich muss mir gleich erstmal Heilungssachen holen beim nächsten Leuchtfeuer. Ah, klar guckt er mich. What the fuck? Wo kommt ihr denn her? What the fuck? Hier muss es irgendwo ein Leuchtfeuer geben. No, wo gibt es hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Bist du das Leuchtfeuer? Das war ein seltsamer Swiflu. Danke. Wie viel TP gibt es? Oh, gibt es viel TP. Oh, das mach ich gleich nochmal. Irgendwo gibt es eins. Der Ralf hat auch gesagt bei YouTube, dass ich an voll vielen Estos Scherben vorbeigelaufen bin. Ihr seid so gemein, ne? Ihr seid so gemein zu mir. Das ist auch das letzte Mal, dass ich erstmal für euch irgendwas spiele und dann auch noch Blinds. Das ist echt das letzte Mal, ich sag es euch. Das ist safe das letzte Mal. Wo kamen denn die anderen Viecher her eigentlich? Hängen die hier? Ne. Ich weiß gar nicht, will ich die überhaupt alle besiegen? Oder wurden die... Ne, der ist weg. Wurden die wiederbelebt? Ach, die werden gar nicht alle wiederbelebt. Du aber. Puh. Feind. Dann bist du auch kein Feind. Sehr gut. Hier waren doch noch so zwei kleine Viecher. Die sind da hinten. Aha. Wo kommst du denn her? Aha. Aufgespießt. Ey, da ist doch ein Nest oder so. Wo kommen die alle her? So und der hier, der hat sich da auch bewegt. Du hast dich bewegt, hab ich gesehen. Oder du? Einer von euch hat sich bewegt. Ey, wo kommen die her? Da ist bestimmt ein Nest hinten. Da, die kommen immer wieder. Da, da ist ein Nest. Ich sag es euch. Was ist hier? Was ist das hier? Geheimfahrt? Ne, jetzt stimmt der Tod. Guck mal, wie viele rote Grützen da sind. Ne, 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 ne. Also so dumm bin ich nicht. Versuchts springen. Wollen wir doch hier alle nur verarschen. Seid mir ehrlich, Novo hier sterbt. Guck mal. Hier sterbe ich doch. Hier sterbe ich doch zu 100% oder? Dass er den Weg gleich nochmal laufen muss. Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö warum das sein könnte ja warum weiß zu nah dran war oder so werden der hat was er aufgemacht soll ich das ja auch aufmachen mach was das wieder zu du scheiß gohle mach das zu ach muss ich hier rein schleichen ohne dass mich überhaupt hier jemand sieht oder so ich habe es nicht mehr aufgemacht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Große Verbrannung, Feuersamen. Helfen die mir? Ich meine, Feuersamen hier irgendwo hinpacken? Ach, geht doch bitte weg. Ich glaube, ich gehe nochmal zu der einen Frau, oder? Verstehe das nicht. Sonst habe ich hier gleich eine Million Seelen. Die nerven auch übel. Verstehe das nicht. Verstehe das nicht. Hallo. Hallo, Joe. Wie komme ich hier rein? Licht. Ah, ich brauche vielleicht Licht. Ich brauche Licht. Fackel. Ich brauche eine Fackel. Ich kann die Töpfe anmachen mit einer Fackel bestimmt. Hier ist keine Fackel. Keine, wo ich rankommen würde. Deswegen vielleicht Feuersamen? Noch ein Feuersamen. Ha! Zack! Noi. Ich sag das hier. Das ist es. Das ist es. Ich bin selber drauf gekommen, Nobu. Wie schmeckt dir das? Das kann man jetzt hier anmachen. Hey, wieso nicht? Den Golem? Hey, mach mal was. Du? Ach man, ich dachte, das ist es. Weiter, außer ein Loch. Da kann ich was machen. Ah ne, Blue Flag. Man muss denken. Den anderen Golem zu aktivieren. Hallo. Aktivier mal. Ich weiß es nicht. Spuckt doch mal rein. Man kann hier nicht spucken. Also, wenn ihr es auf YouTube seht, bedankt euch alle bei Nobu, dass das hier so lange dauert. Der ist es schuld. Der will mir nicht sagen, was ich hier machen muss. Nobu ist es schuld. Also, alle auf Nobu. Ah, ich habe doch hier Pfeil und Bogen. Ich haue den jetzt vollen Pfeil im Kopf. Aktivier dich! Da ins Loch. Das geht nicht. Hallo Donnie. Ja, was ist das für ein Loch in der Brust? Weiß auch nicht. Vielleicht muss ich da meine Hand reinstecken oder so. Aber ich komme halt da auch gar nicht ran. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du eine Brille trägst, Donnie. Wieso hat der sich aktiviert? Ich bin doch nur dahin gelatscht. Ach, warte. Vielleicht müssen Gegner zu dem latschen. Deswegen kommen ja andauernd neue Gegner. Ich hab's. Ich hab's doch. Kommt ran. Kommt mal mit zu euren Kollegen. Deswegen kommen die auch immer auf mich zugestimmt, wie die Vollidioten. Das ist es doch. Und als der Gegner hier war, hat er sich bewegt. Komm hier hin. Greif mal hier an. Ne, bewegt sich gar nichts. Muss ich ja einen töten. Hallo, ich hab halt deinen Kollegen gekillt. Ja! Ich bin doch einfach arschgeil. Der Beide... Achso. Hallo. Ich komm einfach mal rein, ne? Oh Gott. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier tatsächlich. Das sieht doch schon so aus wie ein Eingang hier. Mach ob. Ah, mit A, X, ne? Was machst du denn hier drin? Ne, ich bin auch aus Versehen hier reingestolpert. Töte ihn da. Was? Also wer in die Story interessiert, Leute, macht immer Pause. Ich will einfach nur looten und leveln. Wer bist du, mein Mann? Hey, ist der dumm? Der hat mich schon wieder gefragt. Hä? Da, gib mal erst mal deine Geste. Eine Runde? So, was kann ich hier kaufen? Flambearsch! Fühl ich. Haben will. Verlangsamen und Zerfall von Ausrüstung. Oh! Magiefeil, Blitzfeil, Magiebolzen. Oh, da brauch ich aber ein paar. Die nehme ich, ähm... Nicht alle anscheinend. So, Magie ist, glaub ich, gut. 41, ja, damit. Okay, hau rein. Jetzt jetzt hier auch mal ein Leuchtfeuer. Ach, Nobu. Du bist immer so gemein zu mir. Die Frage ist, was habe ich jetzt davon hier? Das bringt mir hier alles gar nichts. Wieso sind... Also anscheinend muss man hier später kämpfen, sonst wüsste ich nicht, wieso die Leute hier gestorben sind. Oh, die Giganten werden dann weg erobern. Die König hat eine liebe König. Long ago, die König kam zu uns. Sie warnen unser König der looming Threaten. Die König hat die Oceane. Die König hat ihre Macht mit den Golems. Die König hat die König, um zu erheben, um zu erheben, um zu erheben, um zu erheben. Die König hat die König, um zu erheben, um zu erheben, um zu erheben, um zu erheben. Wo bin ich? Wer bist du? Wer bist du? Wer ist die Möglichkeit? Ich bin so schnell. Be safe, I want. Aufgespießt! Er bleibt einfach liegen! Klosteramulett! Ganz viele Gegner! Was kann denn das Klosteramulett? Die! Die! Das war's. Oh Gott. Okay. Ich hab tatsächlich ganz schön gute Augen. Ich werde bestimmt erst mit hohem Alter, so mit 50 oder so eine Lesebrille brauchen. Ich hab messerscharfe Sehkraft. Seh alles. Ach Gott. Hab's gewusst. Ich meine, das sind nicht weil schwache Gegner hier, ne? Die sind ganz schön stark, tatsächlich. Ach, ist das die andere Säule? Aha, 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 aha. Denk ich mal, ne? Denk ich mir einfach mal so. Was die andere? Gott, hier sind so viele kleine Viecher. Das könnten alles Gegner sein. Deinen sind Golems. Die Frage ist, was will ich hier überhaupt? Ich will hier gar nichts. Juck mich nicht. Geh wieder weg. Aha! Da muss ich da doch lang. Was? In diesem Moment läuft ja nicht... Wieso? Wieso kann ich da meinen Knochenstaub nicht verbrennen? Will ich aber? Ja! Ja! Da geht's nicht lang, da komme ich her. Ja, also muss ich ja hier rein. Ja, no risk, no fun, ne? Ey, ohne Schild! Ohne Schild, du Loser! Ohne Schild traut er sich nicht, weißt du? Ohne Schild. Ah! Oh! Oh! Wohin rennst du? Aua Wohin rennst du? Wieso nimmst du dein fucking Schild? Ich bin die Hand, du Spacken. Ich bin die Hand, du Spacken. Ist du ein Bösewicht? Ist du ein Bösewicht? Na, macht Licht. Geil. Guter Typ. Weiter machen. Aha. Geil. 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 Der Bösewicht macht böse Licht Der ist gut Der ist gut Der Ring des königlichen Soldaten 2 Uiuiui Fällt mir Wie kriege ich denn die Tür da hinten auf eigentlich? Muss ich da einen hinlocken? Guck mal der ist auch Die Tür ist direkt aufgegangen Ah guck mal ich locke einen da hinten hin Das ist doch clever oder? Ich locke mal hier einen hin Oh Gott ich habe 1000 Leute angelockt Das war dumm Ich hoffe das hat sich gelohnt Was ist da drin? Aha da ist der Boss Ruinenhelm Jetzt ist das Ding aber hier nicht auf Scheiß einverkackt Aber vielleicht kann ich auch so eine Dingsbums nehmen Eine Seele einfach Ne schade Ah schade 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 Ist da ein Boss drin ne? Äh ich glaube dann Scheiß ich habe nichts mehr zu heilen Oh es wird gegendert Moin Belilein Oh man wie schicke ich den zurück Hau ab Hier Geh weg Da hau ab Ich hoffe die scheiß Oh ich hoffe die Kiste Die äh Türen sind noch offen jetzt Alle Gegner leben wieder Und die Türen Sind Die leben auch wieder Das ist schlecht Das ist mordschlecht Oh Gott Aber die Tür geht auf Was ist hinter der Tür? Ah ein Gang Ein Gang Da will ich rein Der böse Licht Macht böse Licht Gefällt mir Ab in den Gang Ab in den Gang Ab in den Gang Oh Gott Hier sind nochmal Gegner Oh Gott Hier sind einfach nur noch mehr Gegner Gefrorene Blume Oh Gott Das war nicht clever Ah 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wo bin ich Wo bin ich Wo bin ich Wo bin ich Ich bin tot Oh Du bist vergiftet Ich auch fast Ich bin vergiftet Perfekt Ich habe nichts mehr gegen Gift Ich habe nichts mehr gegen Gift Das ist schlecht So ein Böse Nein Du bist böse Du bist dich Ihr seid alle böse Kotz Oh ne Oh ne In den Gift Scheiß will ich aber nicht Och nö Wieder vergiftet Bist du auch vergiftet Ha Habt Angst vor mir Aufgespießt Aufgespießt War ich gut da Ach nö Ach nö Bitte nicht 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 wieder vergiften Moin Ralf Ich habe zwar 5 Estus Aber viel bringen Tut mir das nicht Bist du auch böse Ja er ist auch böse Hallo Hallo greif mich an Blöder Sack Blöder Sack Aus Gründen Sagt er Was das wohl für Gründe waren Nobu ist richtig in Lauf Ich sage es euch Fossiler Drachenknochen Oh 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 Äh, loll! MAAA! Ah! Eindringen, legen, verbannt. Verbannt habe ich dich. Aufgeschwießt. Oh, 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 oh. Learn to play, sage ich da nur. Was willst du? Ach, mein Bester. Billy sagt, dass auch heute beenden würden länger am Stream. Wieso sagt ihr das? Ich dachte, oh, du flachst mich nur. Guck mal, was ist da unten? Ist da Lava oder so? Da, wie schnell schießt der. Ich kann auch zurückschießen. Wolltest du so? Ich schieße in den Kopf. Zack. Wie schmecken dir Pfeile? Da kommt halt noch sehr viel. Wusste ich nicht. Ha. Tschö. Ha. Da kommt halt noch sehr viel. Macht mir Sorge. Wieso denn sehr viel? Guck mal, wer der ist. Da ist die Queen. Da ist die Queen. Wie komme ich da rüber? Ich kann nur von hier aus mit dir sprechen. Ne, ne, ne. Ich komme mal zu dir. Ich kann nicht zu ihr. Wie komme ich denn da rüber? Soll ich sie abschießen? Ich bin die Chandra, Queen of Dranlake. Ein wahrer Monarch ist die Kraft ihrer Säuze. Der letzte König dieser Land, der König Vendrik, als er war, war er. Er hat die Freiheit, um seine Menschen zu regeln. Und wenn die Ungekommen sind, wurden sie gegründet. Er hat mehr Freiheit, um sie zu befinden. Aber in der Ende, er hat nie den True Throne. Besuch Vendrik. Wir haben keine Bedürfnisse für zwei Regeln. Ah, da ist Vendrik. Die Sache ist nur, ich habe echt wenig zu heilen. Das gefällt mir in dem Game echt gar nicht. Man muss hier so struggle mit seinem Scheiß leben. Das macht das halt künstlich schwerer als es ist. Soll ich für Ballons gehen? Soll ich eigentlich zweimal? Scheiß drauf. Pilgerin Belle Claire, ja. Mal gucken, ob du was kannst. Wieso haut die wieder ab? Achso, ich dachte schon. Äh, 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 äh. Das sind alle Ringe, die du hast, ja? Das sind alle Ringe, die ich habe. Drachenreiter! Ah, den habe ich schon mal besiegt. Aber wieso zwei? Ich sehe nur einen. Wieso steht da zwei? Ah, einer schießt. Das ist ja frech. Wieso schießt du? Ich kann auch schießen. Aha, komm runter. Nicht raus. Aha, jetzt holst du dein Schwert raus. Das ist ja hier dann gar nicht, Vendrik. Wo ist Vendrik? Sag es mir sofort. Kein Regenring? Nee. Wusste nicht, dass es sowas gibt. Sowas wird mir verheimlicht. Nicht die Pilgerin. Lass sie in Ruhe. Der hat auf jeden Fall mehr Leben als der andere. Der andere war irgendwie, äh, schlechter. Behauptet, dass Vendrik da ist. Ich habe das behauptet. Ich habe das gedacht. Ich habe es angenommen. Hätte irgendwie gepasst. Den wird es aber geben. Ja, das ist gut, dass es den gibt. Ich weiß aber nicht wo. Und du glaubst nicht, dass irgendein Spezialist hier im Chat mir freiwillig hilft. Nee, 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 nee. Die hätten am liebsten, dass ich hier ohne Waffe rumlaufe. Ohne Waffe wäre am besten. Haha. Dich gesehen. Dumm Kopf. Da musst du schon früher aufstehen. Ah, ich kann mir den Magiefeil nehmen. Schnell bevor er schießt. Magiefeil. Oh, guter Schaden. Fällt mir. Oh, war der in den Kopf? Nee. Bop. Schön mit dir. Ja. Hast mit der Waffe genug geholfen. Das stimmt. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Oh, hier ist eh zu. Mach mal auf. Hä? 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 Jetzt kann ich den Schalter nicht benutzen. Okay, ich glaube ich geh erstmal die 50k ausgeben, sonst bin ich später sauer. Ja. Die Waffe ist gut, ja. Da. Sieh, sieh, sieh. Nester. Der Delay zum Chat. Ich hab doch nur 3-4 Sekunden. Ist das so krass? Ah, ich hab diesen Knochenstaub. Wieso mach ich nur ein Level? Der hilft über erste Minuten. Ah, ich hab nur Verbesserungspotenzial, ich weiß. Hier. Vier! Was mach ich? Hab ich eigentlich keinen besseren Helm? Wieso hab ich nur diesen... Ach, guck mal den! Glitzer. Cyan-Zellen. Der ist besser. Kaufen. Der wär nochmal besser. Dieses komische Gesicht. Zack. Mein bester Helm. Bam! Wieder verbessert. Oh, die Stunde ist auch schon vorbei, Leute. Weiter geht's ja in der nächsten Folge. Lass gerne ein Like auf dem Video da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oh, ich bin noch nicht又 reingek sequence una Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye!